Prinzessin Mako, die älteste Enkelin des japanischen Kaisers Akihito, ist zu Besuch in Brasilien. Anlass der Reise ist ein Jubiläum. Vor 110 Jahren begann eine große japanische Einwanderungswelle nach Brasilien. Dort leben die meisten japanischstämmigen Menschen in der Welt. Prinzessin Mako pflanzte im japanischen Garten, einem Teil des botanischen Gartens Rio de Janeiro, einen Pau-Brasil-Baum. Die Prinzessin wird im Jahr 2020 nicht mehr offiziell zur Kaiserfamilie gehören, weil sie einen Bürgerlichen heiratet.